Neue Runde, neues Glück. Oh, das kenn ich noch gar nicht. Yukiko, Sucherin der Heere. Ach, das ist glaube ich Akademie. Okay, gegen dieses Deck hab ich noch gar nicht gespielt. Schauen wir mal, ob da so kommt. Normale Kreatur. So, wobei ich noch gar nicht gespielt habe, noch nicht gespielt habe. Jetzt müssen wir noch einen neuen T-B-G-M-A-L-D. So, wie wir hier auch noch gar nicht gespielt haben? Oh, es ist ein W-G-M-A-L-D. So, jetzt geht es um einen W-G-M-A-L-D. So, jetzt geht es um einen W-G-M-A-L. Okay, das ist ein W-G-M-A-L-D. So, jetzt geht es um einen W-G-M-A-L-D. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So, jetzt haben wir keine Kreatur mehr auf der Hand. Das ist auch nicht so toll. Das ist schon wieder keine Kreatur. Jeder Kreatur wird einen Schaden zugefügt. Das bringt mich jetzt eigentlich auch nicht weiter. Dann machen wir erst mal das. Und das. Und das. Und dann... Und dann... Das. Das war's. Okay. Das war's. Okay. Das war's. Okay. Das war's. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020